Der Hartz-IV-Empfänger hat sich auch etwas Neues gekauft. Das ist ein sehr schöner Laptop. Unser jahre Marke Laptop. Notebook. 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 So, das ist der prachtige... Wo habt ihr das Geld hier? Äh, Otto. Otto. Das heißt, die Autokunde. Er ist auf Raten jetzt. Kostet 279 und plus 92 Euro Zinsen. Der 52-Jährige will den Computer vor allem zum Spielen nutzen. Weißt du, dann komme ich ein bisschen vom Bier trinken auf. Ich stelle mir zwar eine Flasche Bier hin, aber dann nehme ich es nur dran und spiele wieder. Und fürs Internet auch? Internet weiß ich nicht. Ist ja kein Internet. Wo suchst du denn das Internet, Jan? Es ist Achims erster Computer und er hat sich das Ganze einfacher vorgestellt. Ja, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ja, dass ich dir Dinge nicht bedienen kann. Nach 30 Minuten gibt er auf. Ja, schön. Kannst du wieder zurückschicken. Ja, dann glaube ich, da unten noch ein Ende. Ja, eben, genau. Ja. Genau, taust das Ding wieder um. Ja, schön. Ja.